herzlich willkommen auf meinem kanal money mafia heute mit einem kleinen update zu einem projekt was ich hier schon mal etwas genauer in einem video vorgestellt habe was ich euch auch hier oben gleich verlinken möchte und zwar geht es darum map matrix das ist ein projekt die hinter der auch eine kryptowährung steht die sich darauf spezialisiert haben hier eine navigationsdienstleistung anzubieten wo man aber auch daten eben über die verkehrssituation teilt über ein nft was in eine art lesegerät eingebunden ist und dadurch wird man unter anderem auch in dem map matrix token bezahlt also es ist ein sehr interessantes projekt aus meiner sicht mal hier wieder die daten die wir generieren dann auch entsprechend entlohnt werden und ich glaube das ist auch ein projekt mit einem echten nutzen ja und hierzu habe ich jetzt vor kurzem erst eine e mail bekommen und den inhalt dieser e mail möchte ich euch mitteilen weil es ist auch meiner sicht immer ganz interessant zu sehen wie so die entwicklung einfach in diesem projekt ist genau das war jetzt ein bisschen unerwartet für mich dass ich diese e mail bekommen habe und zwar ist der inhalt einfach diese e mail ganz kurz vorgestellt für euch dass ab dem 28 august das projekt live gehen wird das ist der zeitpunkt auch wo die app in den app stores oder im play store verfügbar ist und die ersten spts also diese positions tracker die werden dann auch am 23 8 verschickt das sind die ersten ja 2000 quasi haben sie geschrieben gehabt dass es dort bei den ersten 2000 ordern auf jeden fall zu keinem problem geben wird da sie schon chips vorab bestellt haben am 23 8 werden dann die ersten spts verschickt und zwar alle die die bis zum 20 januar geordert wurden ich habe meinen erst im märz geordert wie ihr hier eben auch verfolgen konntet das heißt meiner wird dann erst am 14 9 verschickt also da sehen wir für die die jetzt noch interesse haben da einzusteigen dass man sagt okay hier 14 9 da werden die dann verschickt und ja wir sehen da unten innerhalb von so fünf tagen wenn man gesehen haben 23 8 da werden die verschickt am 28 8 soll starten ich weiß nicht ob so schnell verschickt wird darüber ist hier keine information mitgeteilt worden aber das ist aus meiner sicht schon interessant also das heißt gleich bekomme ich die im laufe des septembers oder anfang oktober hoffe ich mal und dann würde ich natürlich auch da mitnehmen und euch zeigen wie das ding aussieht bin ich auf jeden fall auch selber schon super gespannt drauf und dann kann das projekt quasi losgehen wie gesagt hatte ich ja in dem letzten video vorgestellt diese spts gibt es für diese positionszwecke gibt es fürs auto für motorrad und für fahrradfahrer ich habe mich für ein automodell entschieden ja also das heißt wenn ich autofahrer kann ich das nutzen ich bin auf jeden fall sehr gespannt drauf kosten 150 euro mit entsprechenden steuerzahlungen die dazukommen ist bei mir in richtung 200 euro gegangen wenn euch das jetzt zum beispiel zu viel ist ihr sagt aber das projekt ist ganz interessant dann ist hier auch noch mal der hinweis dass man auch theoretisch an icu mit teilnehmen kann das sehen wir auch hier auf der website also hier oben hier join icu ja also wenn wir darüber eben ja auch irgendwie in das projekt reingehen wollen ich habe gesehen gehabt ein token wird wahrscheinlich für den preis von 0,005 cent us dollar cent wenn ich das jetzt noch richtig im kopf habe verkauft also ich kann jetzt nicht beurteilen ob das jetzt günstig teuer genau richtig bepreist ist ich bin bei icu sowieso eher ein bisschen vorsichtig man weiß nicht geht er jetzt danach steil nach oben geht er runter wir sind jetzt momentan würde ich auch fast behaupten und dann auch zu dem zeitpunkt wenn das projekt dann auch wirklich gelauncht wird ja sind wir eigentlich in so einem bärenmarkt da werde ich jetzt keine großen sprünge erwarten und auch denke dass da nichts groß passieren wird erst dann wieder wenn der nächste bullenmarkt dann startet könnte es dann wieder hoch gehen aber wer weiß also wie hoch der wett wirklich ist und das sieht man erst mit der zeit deswegen halte ich da abstand von von diesen icos aber wenn das von euch mein interesse sein sollte mit einer etwas kleineren summe klar guckt das aber ist natürlich wie immer hier keine anlageberatung dann lasst mich eure meinung zu diesem kurzen update video zu mapmetrics unten in den kommentaren wissen ich würde mich auch super über ein like auf dieses video freuen abonniert dann auch gleich meinen kanal und aktivität glocke damit immer benachrichtigt wenn neues video von mir rauskommt dann hatte ich euch hier noch eine video empfehlung und eine playlist von mir einblenden wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal ciao ciao